Herzlich willkommen zu einer weiteren Session zum Thema GitHub Foundations. In der letzten Session haben wir gestartet, unsere Maschine einzurichten. Unsere Maschine einzurichten, spezifisch gesagt, wir haben zum Beispiel Git installiert und wir haben einige erste Konfigurationen gemacht. Jetzt geht es weiter. In diesem Video will ich Ihnen zeigen, was ist der Unterschied zwischen Git und was ist GitHub. Und da werden wir gleich ansetzen, indem wir zuerst einmal Git erkunden. Ich befinde mich in Visual Studio Code und wir erinnern uns, ich habe zuerst ein sogenanntes Projektverzeichnis angelegt. Das Projektverzeichnis ganz einfach mit dem Namen GitHub. Das heisst, sämtliche Repositories, sei es lokale Repositories oder dann auch Remote Repositories, die lege ich im Ordner GitHub ab. Also dieser Ordner hat direkt noch nichts mit Git oder mit GitHub zu tun. Jetzt habe ich die Ansicht etwas angepasst. Das letzte Mal habe ich hier im Explorer den Ordner GitHub geöffnet. Jetzt bin ich direkt in ein Verzeichnis hinein navigiert, und zwar in das learning-underscore-Git-Verzeichnis. Wählen Sie aus, ganz einfach File, dann Open Folder und dann können Sie direkt diesen Ordner auswählen. Das habe ich nun gemacht. Das sehen wir auch hier in der PowerShell. Ich habe jetzt mal gewechselt von der Git-Bash zur PowerShell. Es spielt keine Rolle, mit welcher Shell Sie arbeiten. Das funktioniert in beiden Shells wunderbar. Und wir sehen den entsprechenden Pfad. Was mir letztes Mal angezeigt wurde, als ich mit der Git-Bash gearbeitet habe, dass der Branch den Namen erhalten hat, Master. Das kann ich Ihnen noch mal schnell zeigen. Ich wähle da die Git-Bash aus. Und jetzt sehen Sie, jetzt heisst dieser Branch, was Branches sind, das werden wir noch miteinander besprechen. Aber ich habe den Namen geändert. Der Branch heisst jetzt nicht mehr Master, sondern er heisst Main. Dieser Name, dieser Name Main, wird auch verwendet, wenn Sie zum Beispiel in GitHub ein neues Repository anlegen, dann bekommt dieser erste Branch den Namen Main. Und das habe ich geändert. Und ich will Ihnen schnell zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich navigiere ganz einfach zurück zur PowerShell. Und jetzt will ich Ihnen zeigen, wie Sie einen solchen Branch umbenennen können. Sie verwenden Git und dann zum Beispiel Branch. Und dann können Sie direkt mit Minus H arbeiten, für Hilfe, für Help. Und hier erhalten Sie die weiteren Optionen. Und da wird uns angezeigt, dass mit Minus kleines m oder mit Minus grosses m, Sie sehen, Move slash Rename a Branch. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe ganz einfach hier in meinem lokalen Git-Repository, habe ich ganz einfach gesagt, Git, Branch, Abstand, Minus m. Und dann habe ich zuerst den alten Namen angegeben, das war Master, und dann den neuen Namen, das war Main. Und Sie sehen, jetzt hätte ich den Namen geändert. Allerdings, mein Branch heisst ja schon Main, also kann ich das nicht mehr umbenennen. Aber das war der Schritt, den ich gemacht habe. Was ich auch gemacht habe, ist folgendes. Ich habe die Konfigurationsdatei angepasst. Das heisst, wenn ich in Zukunft ein neues Git-Repo anlege und ich das Repository initialisiere, soll immer dieser Name Main verwendet werden. Und wie funktioniert das? Das funktioniert ganz einfach so. Git, Abstand, Config, Abstand, Minus, Minus, Global. Und dann geben Sie an, Init, Punkt, Default Branch und dann Main. Dann wird immer, wenn Sie ein neues Repository, beziehungsweise wenn Sie einen neuen Ordner initialisieren mit Git-Init, bekommt der Branch den Namen Main. Also das habe ich im Hintergrund noch vorbereitet. So, jetzt geht es an das Thema, was ist Git und was ist GitHub? Und das will ich Ihnen einmal mit einer Zeichnung erklären. Und zwar mit einer ganz simplen und einfachen Zeichnung, die ich schon etwas vorbereitet habe. Lassen Sie es uns ganz einfach angehen. Also, zuerst einmal folgendes. Wir haben die sogenannte, ich sage jetzt mal bewusst, die sogenannte Git-Arbeitsumgebung. Nennen wir es Git-Arbeitsumgebung. Und ich spreche bewusst noch nicht von GitHub, ich spreche nur von Git. Die Git-Arbeitsumgebung. Und jetzt haben wir ein sogenanntes Working Directory. Das wäre in unserem Fall der Ordner Learning underscore Git. Also, wir haben hier unseren Ordner Learning underscore Git. Das ist unser Arbeitsverzeichnis. Jetzt stellen Sie sich vor, wir legen eine neue Datei an. Wir nennen diese Datei ganz einfach mal Demo.txt. Git ist ein Versionierungssystem. Das heisst, Git weiss immer über einen gewissen Zustand Bescheid. Aber erst, wenn wir die Information in dieser lokalen Datenbank, im Verzeichnispunkt Git, gespeichert haben, also im Moment, in unserem Working Directory, hat Git noch keinen Plan, dass wir etwas hinzugefügt haben. Das müssen wir ändern, indem wir mit einem Befehl arbeiten. Und zwar mit dem Befehl, der heisst Git-Add. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, Git-Add und dann Demo.txt. Dann fügen wir die Datei, Demo.txt, der sogenannten Staging Area hinzu. Ab diesem Zeitpunkt weiss Git-OK, da hat sich etwas verändert. Das heisst, diese Datei wird dann in Visual Studio Code mit einem grossen A markiert. Da steht Edit. Wenn Sie jetzt ganz viele Dateien anlegen in Ihrem Arbeitsverzeichnis, dann ist das Hinzufügen einzelner Dateien etwas mühsam. Das heisst, Sie verwenden an dieser Stelle Git-Add-Abstand-Punkt. Das bedeutet, sämtliche Dateien im aktuellen Arbeitsverzeichnis. Dann werden alle Dateien der Staging Area hinzugefügt und bekommen visualisiert in Visual Studio Code diesen grossen A-Buchstaben. So, und jetzt geht es weiter. Wir haben die Datei im Staging Area-Bereich. Jetzt wollen wir, dass Git nun einen Zustand erzeugt. Und zwar einen Zustand in Form von einem Snapshot. Das heisst, wir müssen die Datei vom Staging Area in unser lokales Repository überbringen, sage ich jetzt mal. Und das funktioniert mit einem Befehl, der nennt sich Git-Commit. Und wir geben unserem Commit eine Nachricht mit "-m", für Message. Und dann sagen wir zum Beispiel First Commit. Und ab diesem Zeitpunkt ist die Datei Demo.txt in unserem lokalen Repository enthalten, bekommt durch den Git-Commit-M eine eindeutige Bezeichnung, einen Hash-Wert. Das heisst, der Zustand wird nun festgehalten lokal im Repository. Dieser Zustand, das wird protokolliert in dem Verzeichnispunkt Git. Das ist alles noch lokal. Das hat noch nichts mit GitHub zu tun. Also wir haben so mit unserem lokalen Git-Repository gearbeitet. GitHub ist im Prinzip der gehostete Dienst in der Cloud. Das heisst, GitHub verwendet als Fundament Git, das Versionierungssystem. Da kann man sehr detailliert, sehr in die Tiefe gehen, um zu erkunden, was Git genau ist, was es bedeutet, eben diese History aufzubauen etc. Aber ich versuche es einmal im jetzigen Zeitpunkt noch etwas einfach zu halten. Bis jetzt haben wir nur lokal gearbeitet. Wir haben mit Git gearbeitet. Wir haben ein lokales Git-Repository verwendet. Wenn Sie jetzt GitHub ins Spiel bringen wollen, dann sprechen wir von einem sogenannten Remote-Repository. Wir wollen unseren Code nicht unbedingt lokal behalten, weil, stellen Sie sich vor, Ihrer Maschine passiert etwas, Sie haben vielleicht vergessen, das Backup einzurichten etc. Dann ist Ihre Arbeit weg. Jetzt steht uns die Möglichkeit zur Verfügung, dass wir unseren lokalen Code in die Cloud bringen können, und zwar in ein sogenanntes GitHub-Repository. Da gibt es jetzt unterschiedliche Wege, ein solches Repository zu erstellen. Wichtig ist jetzt einfach mal an dieser Stelle Folgendes. Ich habe noch nicht erklärt, wie Sie ein lokales Git-Repository einbinden können in ein GitHub-Repository. Und ich habe Ihnen noch nicht gezeigt, wie Sie ein GitHub-Repository klonen können, damit es lokal zur Verfügung steht, damit Sie im Prinzip eine exakte Kopie lokal anlegen, mit dieser lokalen Kopie arbeiten und dann die Informationen wieder hochladen in die GitHub-Cloud. Das habe ich alles noch nicht gezeigt. Aber lassen Sie es uns einfach mal so im Grundsatz anschauen. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt Ihre Änderung gemacht. Alle Änderungen sind enthalten im lokalen Repository. Wir haben nun die Möglichkeit, mit dem Befehl git-push unsere Informationen in die GitHub-Cloud zu übermitteln, mit git-push. Hätten wir eine Änderung gemacht in unserem GitHub-Repository und wir wollen diese Änderungen lokal wieder abspeichern, beziehungsweise wir wollen die Änderungen lokal haben auf unserem Rechner, dann würden wir mit git-pull arbeiten. Oder Sie können auch zuerst mit git-fetch arbeiten, um nur einmal die Änderungen zu erhalten, bevor Sie mit pull arbeiten. Git-pull ist eine Kombination von git-fetch und git-merge. Aber eben, dazu kommen wir noch. Ich wollte jetzt einfach noch den Abschluss zeigen, was der Unterschied ist zwischen git und eben GitHub. Bis zu diesem Zeitpunkt hier ist es einfach ein Git-Repository, hat noch nichts mit GitHub zu tun. Wir werden diese Unterschiede aber noch miteinander anschauen. Wir werden es miteinander besprechen. Ich werde das Schritt für Schritt Ihnen zeigen. Jetzt im Moment kennen wir aus der Vogelperspektive den Unterschied zwischen git und GitHub. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit diesen zwei Befehlen arbeiten können. Mit git-add, Abstand Punkt beispielsweise, und git-commit, damit wir das einmal live gesehen haben. Wieder zurück in Visual Studio Code. Und jetzt werde ich ganz einfach eine neue Datei anlegen. Über diese Schaltfläche. Sie können auch hier in der PowerShell arbeiten, aber Visual Studio Code macht das Ganze hier sehr einfach. Jetzt geben wir den Namen an. Und zwar erzeuge ich hier eine Datei, die heisst readme.md. md steht für Markdown, ist also eine Markdown-Datei. Und jetzt haben Sie es vielleicht schon bereits gesehen. Visual Studio Code hat erkannt, durch die Extensions, die wir installiert haben, dass es sich hier um eine sogenannte Untracked-Datei handelt. Also git ist noch nicht darüber informiert. Wir sehen Untracked. So, jetzt gebe ich hier einmal etwas Text an. Und zwar mit Markdown-Notation. Der eine Hashtag bedeutet, wir erzeugen eine Headline 1. Also wie in HTML, H1, Headline 1. Und wir sagen hier einfach mal Learning Git. Das reicht schon. Ich speichere die Datei und so weit in Ordnung. Jetzt könnte ich hier mit Version Control, Sie sehen hier Source Control, arbeiten. Das ist die Funktion von Visual Studio Code. Ich könnte jetzt hier, sehen Sie, den Commit machen. Aber ich will es Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Hier in der Shell. Ob es jetzt PowerShell ist oder Git Bash, das spielt keine Rolle. Ich verwende nun Git, Abstand, Add. Und jetzt könnte ich den Namen der Datei angeben. readme.md. Oder eben, wenn es mehrere Dateien sind, geben Sie einfach den Punkt an. Punkt bedeutet, alles was in diesem aktuellen Verzeichnis vorhanden ist. Ich drücke die Enter-Taste. Und das habe ich nun gemacht. So, und jetzt schauen Sie mal. Jetzt steht hier ein grosses A, wie ich das erklärt habe. Index Added. Also hinzugefügt. Jetzt werden wir Git unserem Repo erklären, dass wir einen Snapshot erzeugen wollen. Immer wenn wir mit Git-Commit arbeiten, wird ein Snapshot erzeugt. Also es wird eine Momentaufnahme generiert. Git-Commit, Abschall-M für Message. Und es ist wirklich hilfreich, wenn Sie eine Benachrichtigung oder eine Message angeben. Weil wir werden später sehen, wie uns das helfen kann. Und ich sage hier, Edit Readme.md. Und schliesse das Ganze ab. Und drücke die Enter-Taste. Und jetzt sehen wir, wir haben nun diese Änderung gemacht. Und zwar in unserem Branch mit dem Namen Main. Und jetzt können wir auch den Status aufrufen. Git, Status. Und wir sehen, onBranch Main, nothing to commit, alles in bester Ordnung. Wenn wir Git log verwenden, dann sehen wir den Commit, den wir gemacht haben. Wir sehen hier unseren Commit. Das ist der Hash, eine eindeutige Nummer. Und wir sehen, had gleich Main. Also wir referenzieren auf diesen Main Branch. Was Branches sind, wie schon erwähnt, das werde ich alles noch erklären. So, jetzt will ich Ihnen zeigen, was es bedeutet, wenn wir eine Datei anpassen. Zum Beispiel unsere Readme-Datei. Jetzt füge ich hier etwas hinzu. Und zwar einen weiteren Titel. Learning Git. This is cool. Ausrufezeichen. Und wir speichern die Datei. Wenn ich jetzt die Datei speichere, und zwar mit der Tastenkombination Ctrl und S. Schauen Sie mal, was dann hier uns Visual Studio Code anzeigt. Ctrl S. Und jetzt haben Sie es entdeckt. Ein M. Das steht für Modified. Und jetzt schauen wir uns den Status wieder an mit Git, Status. Und jetzt erhalten wir hier die Benachrichtigung. Changes not staged for commit. Wir sehen jetzt also, es gab eine Änderung. Und Sie müssen verstehen, das ist die Änderung, die erkannt wird seit dem letzten Commit, seit dem letzten Snapshot, den wir erstellt haben. Also Git kennt immer nur das, was in seiner lokalen Datenbank vorhanden ist. Datenbank in Anführung, Schlusszeichen. Alles, was in diesem Verzeichnispunkt Git enthalten ist. Das ist das, was Git kennt. Das sind die Informationen, mit denen Git arbeiten kann. Also wir könnten jetzt sagen, zum Beispiel Git, Add, Abstand, Punkt, um das Ganze zu übergeben, also wieder in den Staging-Bereich zu übergeben. Und dann mit Git, Commit geht es dann ins Repo. Oder wir sagen einmal Git, Abstand, Restore, Abstand, Punkt. Und haben Sie es gesehen? Hier die Linie ist weg und kein M mehr. Warum? Ganz einfach. Wir haben mit Git, Abstand, Restore, Abstand, Punkt, das Ganze wiederhergestellt. Und zwar zum letzten Snapshot. Oder beziehungsweise zu dem Stand, welcher Git noch informiert war. Also, jetzt lassen Sie mich das Ganze nochmals wiederholen. Ich füge hier die Linie wieder hinzu. Und zwar eine Headline 2. Und eben, this is cool. Und jetzt übergeben wir das Ganze an Git. Das heisst, Ctrl-S. Zuerst einmal speichern. Dann verwenden wir Git, Abstand, Add, Abstand, Punkt. Und dann Git, Commit. Und jetzt werde ich hier diese Linie etwas anpassen. Und zwar schreiben wir hier hin, readme.md, edited. So. Und jetzt, jetzt ist das Ganze wiederum in der Datenbank enthalten. Ctrl und L. Und jetzt sagen wir hier Git, Abstand, Log. Und jetzt sind zwei Commits enthalten. Das heisst, wir können beispielsweise jetzt schon auf zwei unterschiedliche Snapshots zugreifen, weil wir zweimal dieses Commit gemacht haben. Übrigens, Sie können auch Git, Abstand, Log, Abstand, Minus, Minus, One Line verwenden. Dann wird das Ganze kompakt angezeigt. Sie sehen hier jetzt eine kompakte Ausgabe. Ctrl und L, um den Bildschirminhalt aufzuräumen. An dieser Stelle ist wichtig zu verstehen, wir haben bis jetzt alles nur lokal gemacht. Wir haben noch nicht mit GitHub gearbeitet. Wir haben hier ein Git-Repo, ein lokales Repo. Und wie das Ganze jetzt dann verknüpft wird, sage ich jetzt mal, mit einem GitHub-Repository, wie das genau funktioniert, das schauen wir uns in der nächsten Session etwas genauer an.